Die Bratwurst wird oft als das kulinarische Brauchtum Oberfrankens gehandelt. In jeder Region schmeckt die Wurst anders. Wir haben uns zum Bratwurst-Test aufgemacht und eine echte Hoferin die Kulmbacher Wurst probieren lassen. Eine Bratwurst direkt aus dem Wurstparadies. So, jetzt haben wir hier ein paar echte original Kulmbacher und probieren die mal. Scheint ja erstmal zu schmecken. Aber wie sieht es wohl mit dem echten Kulmbacher Bratwurststollen mit Arnis aus? Sehr gut. Oder wie der Oberfrank sagen würde, das passt.